Ich habe es mir ehrlich besorgt, den Ninja Creamy. Man kann damit wirklich aus allem Eiscreme machen. Und muss nicht viel Sahne sein, muss nicht viel hier und da. Es kann auch einfach so gesundes Eis sein. Und es wird auch richtig cremig. Das Ding ist wirklich magic. Ich habe hier einfach nur Kaffee und Milch. Das war's. Einmal eingefroren. Dann machen wir uns einfach in der Gerät hier rein. Und dann Decke rauf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ui! Das ist jetzt ein bisschen wie Soft-Eis. Geil, Lala! Ich trinke meinen Kaffee nie wieder. Warum Kaffee trinken, wenn man Kaffee essen kann? 10 von 10.